Bebenrottunnel zwischen Göttingen und Eschwege Südportal auf der vielgefahrenen Nord-Süd-Strecke zwischen Hamburg und München. Bebenrottunnel zwischen Göttingen und Eschwege näher Eichenberg. Auf der vielbefahrenen Nord-Süd-Strecke zwischen Hamburg und München. Südportal Hier der Feuerwehrfunk für den Ernstfall, falls im Tunnel mal ein Unfall oder ähnliches passiert. Hier die Notfallerdung. Der Zugang ist normal abgesperrt. Hier der Feuerwehrfunk für den Ernstfall. Die Oberleitung. Südportal Bebenrottunnel näher Eichenberg zwischen Göttingen und Eschwege. Bebenrottunnel Vielen Dank.